Ich glaube, dass ich mich nicht mehr so ein Trägerhunter kenne. Wie ein Schuh-Troublemaker! Also wenn einfach mal gar nichts los ist, dann... Das war so ganz seltsame Blicke. Müsst ihr mal drauf achten. Ach komm, ich hab noch keinen Lightspeed-Dash mit Schädel, oder? Kriege ich den überhaupt mit Shadow? Also... Alter, kannst du vielleicht nicht? Okay, jetzt machen wir Live-Suite-Clash. Oops. Sehr nice. Schade. Schade. Ich dachte, ich könnte noch ein zweites Leben rausholen, wenn wir 200 bringen. Schon vorbei? Hier geht's. Hm, zu easy für mich. Ja, Behran. Was ist los? Ja. Ja? 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 Er kann zwar nicht schwimmen, aber Shadow schon. Man muss eigentlich hinter ihn kommen. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Shadow, was du machst? Geh da und zurück hier jetzt, bevor die Island blöse auf mit dir auf! Blöse auf? Da geht's! Chaos Control! Schau mal! Shadow, was denkst du es auf der Erde? Der Profesor sagte, dass seine Lebensjahrzeuge war für alle diejenigen, die dort leben. Er sagte mal, dass die Grund für seine Existenz war, dass die Menschen glücklich durch das Macht der Wissenschaft macht. Shadow! Maria, ich einfach nicht mehr weiß was. Ich oft frage mich, warum habe ich gegründet, was mein Ziel ist für hier sein. Vielleicht, wenn ich dort hinseue, ich finde die Antwort. Vielleicht. Maria. Warum so melancholisch? Das war so nicht erwartete, so ähnlich wie du, Shadow. Für mich zu kommen. Aber deine Möglichkeit, die Chaos-Kontrolle zu benutzen, sicherlich kommt in Hand. Sie wissen, ich bin nicht gekommen, um dich zu retten. Ich bin zurück für die Chaos-Emeralds. Ja, ja, aber dann wiederum, das ist nicht die ganze Geschichte, ist es? Alles ist bereit zu gehen! Ich bin ein Mensch, der Bedeutung ist. Und, nachdem ich das größte Schmerz des Weltkrieges hat. Ich bin jetzt nicht mehr so ein Bedeutung, das größte Empirte der Weltkriege. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, 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 ha! 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 Schöne Anspielung auf Sonic Adventure. Besuch auf das Ende von Tales Story. Och Gott, nee. Moment, das ist mit der anderen Steuerung, ne? Das hier ist so unnötig. Ganz ehrlich, wer bei Sonic Team dachte sich so, wir haben Sonic Level, wir haben Shadow Level, wir haben die ganzen anderen Level. Wir brauchen unbedingt noch das hier. Moment. Wie funktioniert das wieder? Wie funktioniert der Boost? Ich verstehe nicht, wie der Boost funktioniert. Wie geht denn das? Also Alt macht nichts. Ach, Moment, I. Ja, stimmt. Ein Teil war auf I gelegt. Das Spiel ist halt irgendwie auch echt für Controller designt. Und I ist halt normalerweise die Aktionen wechselnd, die man halt dann auf Altert. Also zwischen Treten und Graben. Let's go! Let's go! Let's go! politics. Was, das gab kein Boost? Boah, was? Glitsch doch um. 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 I found one!